Okay, schauen wir mal, äh, Shop-Seite, ich guck mir erst mal an, positiv, 38 Reviews. This game is honestly a good time. The movement is done well, which is a surprise for a non-shooting game. Man kennt es. Jedes non-shooting game hat ja scheiß movement, what? Well, my five-year-old loves it. I think it's terrible. Oh ja, du bist auch der Einzige, der gerade was auf hat. Wie war das Passwort? Eins, zwei, drei. Ich kann ein Tier oder ein Mensch sein. Nimm mal zuerst, äh, Tier, ja? Okay. Ich mach mich mal eben noch kurz zurecht, das geht ganz schnell. So! Ich bin der Zookeeper. Okay, wann geht's los? The Zookeeper Mission. Feeding penguins, save child from the monkey enclosure, here zebra. Find the lost spider. Oh Gott, hier ist Müll. Aber wie komm ich raus? Ah, ich bin frei! Ich bin frei! Bist du das da? Hä? Was bist du für ein Tier? Bist du der Blonde? Nee. Ich seh sehr adrett aus. Oh, und ich bin nicht sehr groß. Ach da, da bist du! Das bist du! Hier, was ist das? Oder? Eine Granate? What? Das bist du auch nicht. Das ist eine Granate. Ey! Wow! Wow! What? Hast du da gerade einen Elefanten weggesprungen? What? Wait. Wart mal kurz. Ich muss gucken, ob's dem gut geht. Wo ist der Elefant hin? Hier ist er. Ah! What? Alter, was passiert? Aua! Da ist gerade ein Auto neben mir explodiert. Ich will kurz den Elefanten. Geht das? Äh! 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 Was ich... Was ich cooles kann. Wuh! Wuh! Hey, was ist mit ihm? Wie grab ich den? F, C. Hey, ich kann tanzen. Aua! Oh Gott! Ah! Je! Was zur Hölle? Au! Was? Hä? B? Auf B fliegt man einfach ultra weg. Das macht gar keinen Sinn. Ach hier! Steht ja rechts unten. Fling? Was ist das? Oh! Ich hab dich! Nein! Ich halte dich fest! Wow! What? Okay. Ähm. Ja, ich hab keine Ahnung, wie ich den zurückgrabbe. Ja, ich glaub ich... Ey, lass los! Ich glaub ich krieg den Elefanten nicht zurück. Oh! Doch, der... Da fliegt er. Da ist er! Hier! Kriegst du ihn weggeballert? Warte mal. Ha! Alter! Es ist so naiv! He! Er steht hier! Er ist richtig done! Okay, was ist das hier? Oh, Alter! Jawoll! Jetzt geht's ab! Alter! Ah! Nein! 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 Kannst du einsteigen? Mit R? Festhalten? Perfekt! So, wir schauen uns mal ein bisschen um hier! Was hier so zu sehen gibt! Mein Arm! Kannst du vielleicht selber einfeiern? Äh... Fahren? So! Ja! Ah, perfekt! Okay! So, wo waren die bösen Tiger? Äh... Hinter uns, glaub ich! Ja, aber lass mal den... Hier ist ein Zebra! Alter! Ah! Ah! Oh, hier ist Delfine! Dings! Oh! Warte, ich komm mal... Ah! Hallo! Warte, wir müssen hier durch! Alter! Ein Affe! Fährt einfach mit dem Auto! Kann ich hier was nehmen? Oh! 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 Sorry! Hä? Ich bin aufs Dach! Hä? Ich bin aufs Dach geglitscht! Boah, kann man in die Dingschein? Was geschieht hier? Oh! Iiii... Jo! Ich bin der Gondel! Jo, ich seh's! Warte, ich komm! Ich komm jetzt spring! Papa, nimm mich mit! Die Frage ist, was bringt es? Warte da drin! Warte! Ich hol dich raus! Ich trinke ja mal einen Kaffee! Ja, entspann du da mal! Ja, ich hol mal was! Großartiges Spiel bis jetzt! Du wolltest einfach die ganze Zeit! So bewegen sich Arfe fort! Da, 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 da! Okay, ich hab was! Oh, ich treff! Ja! LOL! Oh mein Gott! Alter, perfekt getroffen! Nilpferde sind doch mit die tödlichsten Tiere auf der Welt, ne? Jaja, klar! Mal gucken, was die zu einer Granate sagen! Ja! Okay, also, ich probier jetzt mal Missionen zu machen, weil ich hab Missionen! Also! Feeding Pinguins! Wo sind die Pinguine? 19, Bille, Alter! Ja, du bist tot! Das ist keine Gesundheit bei mir. Ja, vielleicht muss ich erstmal hier so einen leckeren Burger essen. Finished! Animals win! Na gut, dann machen wir nochmal. Du kannst jetzt mal ein anderes Tier nehmen. Ey, nimm mal eine Giraffe, oder? Oh ja, schön. Wo bist du? Okay, nach Arno. Ah, da, da bist du. Hallo, na, wie geht's dir? Oh mein Gott! Wo bist du hin? Ich bin einfach in die Luftflora, aber mir geht's gut. Alter, mein Hals! What? Mein Hals! Manuel, hör auf! Ist das bei dir auch? Ja, was kannst du jetzt machen? Kannst du jetzt irgendwie loslassen? Ja, stell dich mal in den Weg. Okay. Genau, genau, genau. Oh mein Gott! Der wird zurückgeschnallt. Probier's nochmal. Ah, der drückte... Ist das dein Bug? Nö, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Yo, linke Maus. Oh Gott, ich... Oh mein Gott! Ich flieg durch die ganze Welt! Was ist das für ein Runs-Game, Bruder? Kann ich auch in den Wagen? Als Zebra? Zebra. In Afrika heimisches, meist in größeren Herden lebendes, dem Pferd ähnliches Tier. Dessen fällt quer verlaufende schwarze und weiße, auch bräunliche Streifen aufweist. Oh mein Gott, ich kann Auto fahren. Du glaubst mir nicht wie. Wo bist du? Ich chill's mit den Kamelen. So, nächste Mission. Save child from a monkey enclosure. Ah, ich bin bei den Affen. Ja? Ja, ich bin direkt bei den Affen. Aber ich weiß nicht, ob ich zum Affengehege muss oder... Ist ja monkey enclosure. Affengehege. Also, hier sind die Zebras. Oh, du bist bei meinen Freunden. Äh, Moment, ich bin ja gar kein Zebra. Obwohl, die Zebras waren, glaub ich, auch bei mir in der Nähe. Ja, hier sind die Giraffen. Ah, da bist du! Da bist du! Hier links! Guck mal! Hä, deine Arme! Ja, ich hab mich da einfach fest. Hä? Hallo, wo... Was ist passiert mit dir? Wo bist du? Äh... Ich bin... Ich glaube, ich hab grad die Schallmeier... Äh... Die Schallmauer? Ich hab grad den Schallmeier getroffen. Den Schallmeier-Treffen. Warte, da ist das Kind! Ich rette es! Okay, ich hab's. Ah! Ich seh's! Oh Gott! So, save. Hallo. What? Wo ist mein Kamel? Mein Reittier? Reite mich mal! Kannst du mich reiten? Jo, locker, oder? Na ja. Okay! Lass mich! Aua! Komm zurück! Komm bitte zu mir! Räufst du da gerade auf? So! Ja, ich räum hier auf! Oh, hier ist das Reptilien aus! Maximilian, ich hab was für dich! Oh, Alter! Kann ich... Hallo! Oh mein Gott! Raus aus dem Haus hier! Ich glaub, es geht los! Was passiert, wenn ich alle Quests gemacht hab? Kommt dann einfach... Du hast gewonnen! Dann hast du gewonnen, denk ich! Ja, aber... Warte, warte! Oh nein, ich kann nicht mehr hinterher! Guck mal! Die ist mein Hals! Oh, du bist angegriffen! Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh zur Seite, Junge! Komm her, ich rette dich! Geh in meinen Hals rein! Nein, nicht auf eben! Du unterbrichst meine Hals... Oh nein! Ja, er greift dich an! Hilfe! 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 Ah! Du sollst ja wieder rein, Manuel! Schmerz! Nein! Nein! Pressi, Pressi! Okay, äh... Wo sind die Hippos? Guck die da, Alter! Hauptattraktionsrechte Seite! Ist ein bisschen laut! Da sind die Hippos! Ach da! Wie er da im Wasser kennt! Nein, nein, nein! Kann ich meine Granate nicht reinwerfen? Ja, ich hab's geschafft! Oh! Ja! Ah! Alter! Perfekt getroffen! Game Over! So, warte, wir machen jetzt noch einmal Dinosaurier-Mode! Den gibt's nämlich hier! Was ist denn jetzt hier an? Lol! Der ist aber klein! Oh mein Gott! Ich seh dich! Oh ja! Das war's mit dir! Das war's mit dir! Komm her! Ja, ich hab dich! Ich hab dich! Oh mein Gott! Ich hab dich trotzdem! Was muss ich machen? Feeding Sharks! Hallo! Oh mein Gott! Not again! Not again! Not again! Alter! Ich bin so weggeflogen! Ihhh! Ihhh! Da ist ne Spinne! Okay, ich hab sie! Oh mein Gott! Hier ist ein Brontosaurus! Aua! Hey! Wie hast du das gemacht? I don't know! Ist ich hier versteckt? What?! Okay! Wo sind die Haie? Das wirst du nicht herausfinden! Doch doch! Oh nein! Bei Feuer bist du tot! Aua! Aua! Wie? Kann ich nicht denn? Oh Gott! Nein! Lass es! Lass es! So! Wo tu ich dich jetzt rein? Hier! Zu den Raptoren! Aua! 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 Aber nicht so schnell wie ich glaube ich, ne? Aua! 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 Ich weg! Alter! Ich bin so weit um im Himmel! Das kann man ja... Ich bin im Becken! Ich... Im Becken, Alter? Becken! Ich hab mich dadurch zum Haibecken gebracht! Ja geil! Weißt du jetzt wo es ist? Ne, du weißt ja nicht wo ich bin! Doch! Hä? 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 Echt jetzt? Wie bist du? Hallo? Hm? Hä? Hä? Oh, da gammelst du! Hiiiihihi! Ach da! Nein! Wo sind die Haie? Ja, aber doch nicht aufgepasst, ne? Doch, doch! Hier sind Delfine! Hey! Aber keine Haie! Huuu! Huuu! Hallo? Huuu! 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 Oh nein! Was?! Hier ist das Aquarium! Wo sind die Haie? Hier ist ein Hai! Jo, das ist die Quälerei! In so kleinen... Aber wie fütter ich den? Oben reinwerfen was? Ja, mich! Ah! Kleine Nemos! Einfach ein Eimer mit Nemos! Große Nemos aber! Ach du bist da drin! Das kann ich aber gar nicht... Oh Gott! Hi! Ja, ich bin Half-Life, hab eine von fünf Quests... Ah ne, gar nicht! Ich hab ein paar! Monitor the zoo from the... Cablecar? Ah! Oh nein! Rausgekickt! Bitte gib Gas! Ich will auch rein! Gib Gas! GIP GAAAAAAAAT! Hey, ich hab dich... Was? Hast du mich gar nicht genommen? Ja, 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 so... 1, 2 Sekunden lang! Geh weg! Halt! Ich möchte das nicht! Halt! Stopp! Okay! Du bist also da oben drin, ne? Jetzt muss ich nur noch den Stegosaurier halten! Nur noch! Hallo! Hallo! Der Sieg ist zum Greifen nah! Oh mein Gott! Alter! Wie knapp war das? Ich bin so ein Granatengott! Hallo! Nein! Getroffen! Mist! Ich bin wieder so weit weggeflogen! Der Schrei immer! Ich darf's nicht schaffen! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Verdammt! Wo gammelst du ab? Du hast mich verloren! Hallo? Warum liegt hier einer? Ach, da bist du! Nein! Ich hab mich selber weggekickt! Ja! Äh! 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 Opfer! Krieg dich noch, du Schwein! Äh! Wo bist du? Schön! Siehst du mich? Ja! Glaube ich dir! Kalt! Als ob ich dir das glauben würde! Als ob du mir sagen würdest, wo du bist! Kalt! Kalt! Lärme! Ja! Ja! Alles klar! Au! Ich bin wieder im Arsch der Welt! Mann! Wo ist die Bandage? Please! Was für eine Bandage? Ich brauche eine Bandage! Kannst du dich heilen? Achso! Für den... Stego! Kann ich den irgendwie... Nein! Nein! Ähm! Warte! Hast du dich gerade selber mit einer Granate umgebracht? Nein! Tock! Hup! Wie! Danielle,